Hallo und herzlich willkommen zu unseren Simba-Einführungsvideos. Wir haben für Sie einen kleinen Videokurs vorbereitet, der Ihnen helfen soll, sich in wenigen Schritten mit der Bedienung von Simba vertraut zu machen. Für diesen Einsteigerkurs benötigen Sie eine gültige Simba 3 oder Simba 4 Lizenz. Gehen Sie dafür bitte auf simba.ifac.eu und kontaktieren Sie unser Support-Team. Der Simba-Einsteigerkurs ist Teil unserer Simba-Videoreihe. Der Kurs führt Sie in dreiminütigen Videos in die Bedienung des Simulationswerkzeugs ein und richtet sich an Simba-Einsteiger aller Fachrichtungen. Wenn Sie Simba bereits kennen und sich für speziellere Themen wie zum Beispiel die Entwicklung mathematischer Modellgrundlagen oder die Modellierung eigener Modulblöcke interessieren, laden wir Sie ein, sich in unseren Handbüchern und auf unserem YouTube-Kanal umzusehen. Dort finden Sie auch Videos zur frei zugänglichen Simba-Demo-Version. Die Demo-Version ist zur Teilnahme an diesem Einsteigerkurs nicht geeignet, da Ihre Funktionen stark eingeschränkt sind. Wenn Sie den Einsteigerkurs erfolgreich bearbeitet haben, werden Sie in der Lage sein, mit den Bausteinen aus den Modulbibliotheken eigene Modelle aufzubauen, zu simulieren und die Ergebnisse zu dokumentieren. Mit Hilfe der Simba-Handbücher, unserer vielen Beispiele und Videos, können Sie sich anschließend selbstständig in die vielfältigen Möglichkeiten der Modellierung mit Simba-Sharp einarbeiten. Wenn Sie möchten, können Sie in unserem Schulungsangebot die erlernten Grundlagen vertiefen und sich wertvolle Tipps von unseren Experten holen. Wenn Sie individuelle Fragestellungen zügig bearbeiten möchten, empfehlen wir Ihnen unseren Premium-Support. Der Einsteigerkurs besteht aus einer Reihe von Videos mit rund drei Minuten Länge. Die Videos bauen inhaltlich aufeinander auf und sollten in dieser Reihenfolge angesehen werden. Eine Übersicht finden Sie im Startfenster von Simba. Wir laden Sie nun zum Mitmachen ein und wünschen Ihnen viel Spaß mit unserem Simba-Einsteigerkurs.